Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Carsten und heute möchte ich dir zeigen, wie du eine beliebige Website daraufhin untersuchen kannst, ob da Cookies gesetzt werden und ob Google Fonts am Start sind. Ich bin im Firefox unterwegs und öffne mir ein privates Fenster über Datei und öffne mir jetzt eine Seite, die ich hier zwar lokal über Local by Flywheel am Start habe und mir eingerichtet habe, aber das geht mit jeder beliebigen Seite, egal ob die eben lokal oder tatsächlich im Internet aufrufbar ist. Also hier Standardinstallation mit dem Theme 2017. Ich habe hier so ein paar Seiten angelegt und wichtig hierbei, ich habe noch überhaupt keine Plugins installiert, ich habe auch keine Analyse-Tools irgendwie hier am Start, also kein Google Analytics, kein Matomo oder so, gar nichts in der Richtung, das ist also wirklich eine reine, also eine ganz einfache WordPress-Installation, die ich hier euch zeige. Und um jetzt zu gucken, ob bzw. wann Cookies gesetzt werden, geht ihr auf Extras, Webentwickler und hier dann auf den Webspeicher. Ich mache es in der Regel nicht so, sondern rufe mir immer den Inspektor auf über diesen Kurzbefehl und gehe dann hier in dieser Leiste, wo ihr dann verschiedene Reiter eben seht, auf den Webspeicher. Und dann wird uns hier direkt der Bereich Cookies wiederum eingeblendet und ihr seht, dass hier keine Daten für gewählten Hosts vorhanden. Das heißt, in diesem Fall, in dieser Installation, in diesem Status mit dem privaten Fenster werden hier oder sind bis jetzt keine Cookies abgelegt worden. Und das ändert sich auch nicht, wenn ich hier irgendwie mal eine andere Seite aufrufe, also navigiere auf derselben Seite. Aber Cookies werden gesetzt, wenn ich mich jetzt mal einlogge. Gehe ich hier einfach auf diese Standard-Einlog-Seite und ihr seht das jetzt schon, in diesem Moment wird hier ein Cookie gesetzt und wenn ich mich komplett anmelde, werden hier eine ganze Reihe von Cookies gesetzt. Ihr seht hier eine ganze Menge Infos, die ich aber gar nicht durchgehen möchte, sondern es geht mir ganz einfach jetzt erstmal nur um die Tatsache, werden Cookies gesetzt und für wen. Also in unserem Fall werden Cookies erst dann gesetzt, wenn sich jemand mit passenden Zugangsdaten eben ins Backend von WordPress einloggt. Und Cookies, ganz grob gesagt, haben einfach den Sinn, dass wir jetzt hier innerhalb des Backends zum Beispiel eine andere Seite oder einen anderen Bereich hier aufrufen können. Dann seht ihr, oben ändert sich die URL und das ist im Prinzip ganz ähnlich bei einem Online-Store oder bei Netflix, sonst irgendwas, wo ihr euch einfach mit Zugangsdaten einloggen müsst und dann auf der Seite weiter navigiert. Damit dieses Weiter-Navigieren funktioniert, sind eben Cookies nötig. Ich bin auch auf derselben Seite und um jetzt zu gucken, welche Schriften hier am Start sind, gehe ich auf Netzwerkanalyse. Und hier ist meistens voreingestellt alles, aber ihr seht hier daneben noch sozusagen weitere Filter, in denen ihr dann eben auswählen könnt. Ich möchte mir jetzt nur mal die Style Sheets angucken, die CSS-Dateien oder nur die JavaScripts oder eben eine Kombi aus beiden, wie auch immer. Oder eben alles. Und hier findet ihr dann auch den sozusagen Button Schriften und den klicke ich mal an. Und dann seht ihr, in diesem Fall 2017 lädt hier diese vier Schriftdateien und zwar von diesem Host. Und fonts.gstatic.com ist eben der Hinweis auf Google-Server. Das heißt, dieses Theme benutzt Schriften, die nicht auf diesem Host liegen, sondern eben von Google-Servern geladen werden. Wichtig bei der Untersuchung auf Schriften ist, dass ihr auf jeden Fall hier diese Option aktivieren müsst. Also Cache deaktivieren muss auf jeden, oder in der Regel solltet ihr das aktiviert haben. So, jetzt wechsle ich mal das Theme, weil die Schriften eben häufig vom Theme vorgegeben werden. Und jetzt gehe ich mal auf Design Themes. Also Theme-Wechsel gehen hier über diesen Button schneller als über einen Customizer. Deswegen mache ich das jetzt mal eben über Design Themes. Das 2017 haben wir uns angeguckt. Jetzt gucken wir uns mal das 2020 an. Das derzeit aktuelle Theme. Ich gehe direkt auf Aktivieren und gehe zur Website. So, und da sehen wir jetzt, hier ist auch eine Schrift am Start. Inter Upright war, heißt die, wenn ich da draufklicke, sehe ich hier eben auch nochmal den Schriftnamen. Und hier ist jetzt der wichtige Hinweis, diese Schrift wird zwar, das heißt zwar, also diese Schrift wird von demselben, von derselben Domain, vom selben Host sozusagen, meiner Seite geladen. Das heißt, hier gibt es überhaupt keine Verbindung zwischen meiner Seite und irgendwelchen Drittanbietern wie Google oder Adobe oder MyFunds, whatsoever. Also hiermit wärt ihr nach meiner Einschätzung eben DSGVO-mäßig auch auf der sicheren Seite. Und hier wird es dann eben nochmal ganz deutlich uns gezeigt, wo denn diese Schriftdatei liegt, nämlich Domain, WP Content Themes, dann das Theme 2020 Assets, Fonts, Inter und dann kommt eben der, die eigentliche Fontdatei. Also alles klar hier in dem Fall und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich gehe nochmal auf Themes und wir gucken uns zum Schluss noch das 2019 an. Auch das aktiviere ich direkt und gucke mir das Frontend an zur Website und jetzt seht ihr hier, da kann ich auch nochmal, um was ganz deutlich zu machen, Refresh machen, Cache ist deaktiviert. Hier werden jetzt überhaupt keine Schriften geladen, weder von diesem Host noch von Drittanbietern. Das liegt einfach daran, dass dieses Theme hier Systemdateien, also Systemschriften verwendet. Das heißt, das sind Schriften, die auf meinem Mac installiert sind. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen bei der Arbeit mit WordPress. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr das Video liked auf YouTube, einen Kommentar schreibt auf YouTube oder meiner Seite geißler-design.de Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg mit WordPress und schöne Grüße aus Köln. Bis dahin. Ciao.